Bestimmt. Mist. Er kommt. Warum musst du immer wieder kommen? Oh shit! Ich dachte, ich war schnell, Alter. Yo Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation und... Ach ja, hier sind wir stehen geblieben. Wenn du das tust und ich dabei sterbe, dann werde ich deine Kinder aufsuchen, mein Freund. Das ist ja nur ein Missverständnis. Ja, das stimmt. Das Missverständnis trotzdem liest du rein. Wegen Ihnen verschwinde ich für uns ab. Oh nein. Spielen Sie ein Spielchen mit mir? Ich werde sie sowieso finden. Warum sterbe ich? Ach so. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Atme ruhig ein und aus. Ripley. Alles wird gut, er verschwindet schon. Wegen Ihnen verschwinde ich für uns ab. Spielen Sie ein Spielchen mit mir? Bist du Jigsaw oder warum sagst du dann... Do you want to play with me? Äh, a game with me. Tut mir leid. Ja. Dann such woanders. Ich habe ganz wenig Leben verloren. Ach, Mann. Oh. Hier bin ich also. Gefahr ist nah. Wollt ihr mich... Speichern. So schnell es geht. So schnell es geht. Dankeschön. Wie ihr merkt, dass ich... Ich war ein bisschen angespannt, weil ich wollte nicht den ganzen Level nochmal neu machen. 2-5. 2-5-0-5. Dr. Lengard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Sexton? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen mich an. Sind wir einfach keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass sie Marshall-Owates bezüglich eines... Wie soll ich sagen? Moment mal. Interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich muss mich hier gucken. Eine... Wie viel weiß Wade wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarktsanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Ha, alles klar. So. Oh ne, das Mistvieh kann ich hier rein. Du Mistvieh. Ich hab keine Lust auf dich. Poster. Todes... Alles klar. Achso, war das Poster? Poster, okay. Achso, ja. Hier waren wir schon, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Hallo? Okay. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Und... Ja. Ich müsste... Ich weiß jetzt gar nicht mehr... Mist, ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe zu... Aufzunehmen. Ja, ich glaube, dann wird es ein bisschen längere Folge sein. Ich glaube, wir sind schon bei 5 Minuten. Dreh dich nicht um. Perfekt. Okay, komm ich... Ja, ich komm da rüber. Ich hoffe, er geht nicht. Ich hoffe, hier ist niemand. Ha. Ja, ich hab's geschafft. Aber... Äh... Lieber, äh... Mama Alien... Möchte das verhindern. Hat er gerade wirklich gefragt, was bist du? Ja, das frage ich mich auch. Was zur Hölle bist du eigentlich? Du Mistvieh. Es läuft hier. Ich muss mir ein Versteck suchen. Oh ja. Ich muss mir ein Versteck suchen. Schnell. Okay. Puh. Mann. Hallo? Ich geh wieder raus, wenn er sich berückt hat. Dieser Bereich ist gesperrt und ich weiß, dass Sie hier sind. Nein. Jetzt du auch noch. Ey, komm schon. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Papi? Papi? Bist du das? Nee, ich glaube nicht. Ja. Genau. Nee, ich spiel kein Spiel. Ich spiel kein Spiel mit dir. Wenn ich ein Spiel spielen würde, würde das so gehen. Äh... Du bist gefesselt am Stuhl. Äh... Eine Giftspritze. Äh... Äh... Ähm... Um dem Hals. Und falls du dich der Tür näherst, dann hast du, ähm... Dann explodierst du. Und, ähm... Ja. Was red ich da eigentlich? ...spielchen mit mir. Bereich freigegeben. Apollo in Kündnis gesetzt. Ja... Ach... Hast du ab? Ich hoffe schon. 20 Meter. Kommt schon. Ist echt... Okay. Aber was willst du hier noch? Android. Okay. Ich warte noch eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Okay. Ist mir zu lang. Die Minute. So. Ich will meinen Speicherpunkt haben. Ich gehe erstmal zum Speicherpunkt. 84 Meter? Ja, dann gehe ich ein bisschen. Aber nicht laufen. Hier bin ich sicher. Hier sind so viele Lüftungsschächte. Er findet mich bestimmt nie. Okay. Der Hälfte der Folge sind mir bestimmt nur... ...im Schacht geblieben. Jetzt... Jetzt gehe ich nur noch. Jetzt gehe ich nur noch. Ups. Hier gibt es keinen Lüftungsschacht. Haha. Nein. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Ich muss sie schnell machen. Verdammt. Verdammt. Ah, Molotow-Cocktail brauche ich unbedingt. Ich will hier schnell rein. Bestimmt, will jetzt die Musik ein bisschen noch schlimmer sein. Mediket. Aber ich finde es so atmosphärisch. Ohne Musik irgendwie. Irgendwie... ...so ruhig so. Genau, ich muss da gleich... ...hier hinten. Ich gehe durch. Ich muss nämlich da hinten... ...was aussammeln. Genau, da. So. Upgrade. Level up. Und, äh... Ja, ich dachte schon, dass man einen Lüftungsschacht hat, aber... ...naja, wenn ich ein bisschen nuschle... ...dann ist der Bescheid, dass ich ein bisschen ängstlich bin... ...und mein Impulsader gleich explodiert. Und... ...was rieh ich denn da wieder? Schnell. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Hey, cooler Buck. Fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Eigentlich hat er noch gezischt. Hätte er nicht gezischt... ...hätte er mich gekriegt. Ich warte noch ein bisschen ab. Okay. Okay, er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Ja, er kommt jetzt. Hallo. Oh, ich will keine Rose kaufen. Ich will nichts kaufen. Bitte, geh weg. Alter, bei Amnesia wird es bestimmt genauso sein. Ah, nicht in die Augen gucken. Nicht in die Augen gucken, nicht in die Augen gucken. Einfach auf seine schöne, hübschen Beine gucken. Oh. Hast du dich schon mal als Topmodel angemeldet, mal? Bist du wirklich wunderhübsch. Aber jetzt, bitte verpiss dich. Ich bin halt für die Ausdruckkammer. Hau ab. Ja. Ja. Jetzt kann ich's. Bestimmt. Mist. Er kommt. Warum musst du immer wieder kommen? Oh, shit. Ich dachte, ich war schnell, Alter. Und warum piept es so? Mann. Mann. Das war echt knapp, aber... Ein richtig geiler Schock. Alter. Okay. Na, jetzt muss ich nochmal diesen Upgrade holen. Oh, du Mistvieh. Ich hasse dich. Manchmal. Dafür will ich einen Upgrade haben. Ein super schönes Upgrade. Was mich unsterblich macht. Aber gibt's nicht in diesem Spiel. Oder bitte, Alien, verpack dich. Wie du es bei mir immer öfters gemacht hast. Ich verpacke dich einfach irgendwo. Und dann kann ich mehr weiterspielen. Blendgranate. Dankeschön. Jetzt so schnell es geht. Oh. Nein. Ja, das geht. Fuck. Alter. Lass mich mal in Ruhe. Okay, ist doch weg. Ab 80 mach ich weiter. Ab 80 mach ich weiter. Alter. Okay. Will mich doch vernaschen. Perfekt. So, das. V. Kreuz. Mist. Kurz mal wieder weg. Falsche Code. Mich verdrückt. Um eins. Und wieder rein. Okay. 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 So, äh. Nochmal neu. Ja, das ist einfacher. Was ist das denn? Mist. Komm. Geschafft. Jetzt. Rennen. Und sie? Ja, ich, ich gehe. Ich gehe. Tschüss. Oh. Tschüss, Alien. Auf Wiedersehen. Dich möchte ich nicht mehr sehen. Alter. Haha. Ich habe es geschafft. So. Ich bin der Mama Alien endlich los. Endlich. Ab zu neuen Ufern. Okay. Dann. Beende ich gleich mal den Part. Wenn wir sicher sind. Und wenn es mal fertig geladen hat. Beende ich meine Part. Und dann. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn es endlich mal fertig geladen hat. So. Dankeschön. kommen. Okay. Wir landen erst mal. Okay. Wir landen erst mal. Dann würde ich sagen, wie es dann weiter geht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Also Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.